Flieger, grüßt mir die Sonne, grüßt mir die Sterne und grüßt mir den Mond. Ihr Stefan Janel, live für Großburg TV, das heißt live aus der Konserve vom Action Day. Okay, wieder etwas Blabla, aber diesmal nicht von der Bürgermeisterin, sondern von Johannes Becher. Danke bei dem ganzen Team vom Jugendhaus natürlich, die die Organisation haben bei der Initiative Jugend und Kinder. Danke beim TSV Moosburg, der hier den Platz zur Verfügung stellt. Der Abschied fällt schwer, sagt mein Mädchen, mal weh, meinen Los aus Santiago. Offensichtlich lassen wir großen. Wir holen uns gut, dann fahren wir raus, den Heiligen ist Abendbrot. Wir holen uns, das ist Abendbrot, komm, wenn wir dann raus. Also die Keller sind eindeutig nicht aus Porzellan. Also Staubwischen geht anders. Man kann ja gut freilich auch anders stapeln. Der da hat meinen Job, König. Und hier das ganz neue Konzept, sicher zur Schule, sicher nach Hause, noch im Testverfahren. Und hier das ganz neue Konzept, sicher nach Hause. Und hier das ganz neue Konzept, sicher nach Hause, noch im Testverfahren. Und hier das ganz neue Konzept, sicher nach Hause. Und hier das ganz neue Konzept. 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 Vielen Dank.